So, und damit ein herzliches Willkommen zu West End Evil 7. Ja, äh, wir haben verbundenes Filmmaterial soweit fertig, deswegen nehmen wir jetzt Ethan muss sterben. Ein ultraschweres Minispiel, können sie lange genug überleben, oder wird es ihnen sofort den Willen brechen? Wir empfehlen, das Hauptspiel abzuschließen, bevor sie Ethan muss sterben, ausprobieren. Ja, das Hauptspiel haben wir ja abgeschlossen, wird es jetzt Zeit, ne? Wir sind satt für Gott. Okay, also, wir sind bereit zu sterben. Ein Berg von Leichen. Dieses höllische Haus hat nur einen Zweck, die Vernichtung von Eindringlingen. Keine Speichermöglichkeiten. Objekte werden jedes Mal zufällig ausgewählt. Unzählige Fallen und Monster erwarten sie. Ethan wird höchstwahrscheinlich hier sterben. Aber keine Angst, versuchen sie einfach wieder und wieder. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist verrückt. Niemand schafft es dadurch. Dieses Haus zu erstürmen ist für die meisten unmöglich. Wenn sie nicht sicher sind, ob sie einer der wenigen Auserwählten sind, die es schaffen können, ist es keine Schande aufzugeben. Aber wenn sie das Unmögliche vollbringen, wartet der höchste Ruh. Objekte ist das Glück auf ihrer Seite. Die Objekte und Kisten und Truhen werden grundsätzlich jedes Mal zufällig ausgewählt. Ob sie etwas Brauchbares bekommen, hängt von ihrem Glück ab. Jedoch können sie den Wert von Objekten und Kisten anhand der Sternebewertung erahnen. Je mehr Sterne auf einer Kiste angezeigt werden, desto besser sind die Inhalte. Zerschlagen sie ihren Grabstein. Eine Göttinen-Göttinen-Göttinen-Stator wird... Wird... Oh. So. Besiegen sie Margrit im Gewächshaus. Einstern. Guckt. War klar. Einfach gar nichts. Überall sind verschlossene Türen. Fest. Nachdem ich diese Einladen-Geräusche gehört habe, will ich gar nicht hören. Okay. Ihr seid mir da noch scheißegal, aber... Blöde Kopf. Ach so. Einmal gehauen von den Viechern und du bist tot. Ah. Oh. Diesmal kriegen wir hier eine Pistole in dieser Türen. Interessanter als vorhin. Und tot. Ja, also, es ist wirklich so. Hier, einmal getroffen, bist du tot. Ich weiß zwar nicht, äh, wie wir es schaffen sollen, wenn wir immer sofort sterben, bei Beschlag. Aber gut. Jetzt ist wieder scheiße in der Kiste. Voll. Nein. Oh, shit. Sogar wenn ich Block habe, bin ich tot. Okay, ich habe zwar diesmal einen Schlag überlebt. Aber ich glaube, das hier ist eindeutig nichts. Um sich so zu amüsieren ein bisschen, aber fürs Let's Play sehe ich das hier ein bisschen falsch am Plan. Naja, versuchen wir es noch einmal. Noch einmal und... Wow, eine erste Hilfwacht. Nein, ich frage mich nur, wie ich sie nehmen soll. Soll ich... Mord. Wow, eine Starker. Oh Gott. Noch eine Bombe. Okay, die nicht hoch geht, finde ich. Eigentlich erwartet, dass ich jetzt sofort tot bin, aber... Soll, zwei erste... ...die ich einfach nicht einsetzen kann. Die Viecher, die ich einmal gut erwischen, wie es scheint ist, ist man ja tot, ne? Richtig toll. Wenn ihr nicht mehr Woah. EntfernenFree-Date, keine. Ich schlitt die Take-Date, die es tut. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe die Bombe nach oben gesehen. Trotzdem, ich laufe rein, ich laufe rein. Das ist nicht schlecht, einfach mal rein zu laufen. Ach, diesmal steht keine Kiste. Oh ja, ist gut. Das war ja klar. Also, hier geht es wirklich darum, du musst blind die Wege kennen, wo du hinlaufen willst, weil hier Sachen versperrt sind und bla bla bla. Und ich finde, das ist nicht schlecht, Efe muss sterben, aber es ist nicht unbedingt was fürs Let's Play. Für so manchmal zwischendurch zu spielen, bestimmt sehr nice, aber so fürs Let's Play, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. ... Go tellANDrodee Go tellANDrodee Go tellANDrodee that everybody's dead. I'll call to him when he will come. She'll run to him like he's the one. His arms are stretched, but when she's done, he'll be torn apart. Go tell and roll me. 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 Everybody's... ...done.